29.07.2019, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist jetzt 12.16 Uhr und ja, ich habe mir gedacht, ich hau mal wieder ein Update-Video raus, da die Price Action ganz interessant ist eigentlich und vielleicht die Woche nochmal interessanter werden könnte. Die letzten Tage waren ja ziemlich geprägt von den sogenannten Bart-Patterns, das heißt, es ist ein schneller Anstieg nach oben, der sofort wieder nach unten retraced, nachdem er die Buy-Stops genommen hat. Ja, ziemlich verwirrendes Preisverhalten für die meisten, da es eigentlich nicht so das Preisverhalten ist, was in den meisten Lehrbüchern gelehrt wird, weil in den meisten Lehrbüchern habt ihr eure Triangles, eure Trendlinien, euren Uptrend und beim Uptrend beim Retest am Support wieder kaufen. Genau, das funktioniert momentan in diesem Markt nicht. In diesem Markt funktioniert momentan am besten jegliche schnelle Bewegung über alte Highs zu fällen, das heißt, genau das Gegenteil zu machen, das heißt, wenn der Markt über das alte High geht, dann wieder darunter closed, das ist so der typische Einstieg für einen Short. Es ist einfach ein Range an dem Markt momentan, der sehr viel auf diese Wahlspieler abfährt. Das heißt, der Markt wird über einen High gepusht, um die überhebelten Trader rauszunehmen, der Markt wird über das Low gepusht, um die andere Seite rauszunehmen, das ist einfach ein klassisches Spiel der Liquidationen. Und ja, ich finde es ganz interessant und deswegen würde ich sagen, kommentieren wir das mal genauer. Und auch hier nochmal der Hinweis, folgt mir wirklich gerne auf Twitter. Ich poste extrem viel auf Twitter und ich bekomme immer so viele Fragen wegen dem nächsten Video oder was ich zurzeit für eine Lage sehe. Ich poste eigentlich wirklich alles auf Twitter, was ich so unterm Tag sehe. Ihr könnt mir auch hier gerne kommentieren. Und Twitter ist einfach das beste Medium für mich. Ich finde es einfach am absolut besten, was den Cryptospace betrifft und generell den Finance Space, weil man so viele guten Leuten folgen kann, weil man so viele interessante Sachen lernen kann. Deswegen bitte folgt mir auf Twitter. Ist wirklich besser als YouTube eigentlich. Ja, wir sind jetzt hier am Data Chart, XPT-USD und wir haben die letzten Tage wirklich extrem viele Bar-Patterns gesehen. Wir haben extrem viel Fake-Outs gesehen und wir haben extrem, extrem, ja, viel Verwirrung gesehen bei den meisten Marktteilnehmern. Ja, was ist passiert? Wir waren im letzten Video hier, wir haben hier diese fette Candle nach oben gesehen, was für mich eigentlich eine Indikation war, dass der Markt nach oben getrieben werden sollte oder nach oben getrieben werden will, hat sich dann spätestens hier erledigt, als wir dieses Low nicht halten haben können und dann hier sogar noch mal bestätigt worden, als wir hier noch mal hochrennen und dann hier sehr stark abverkauft werden. Wie ist das Ganze passiert? Wir haben diesen Run nach oben gesehen und bei dieser Kerze war dann nämlich schon die Spider-Sense an. Also da habe ich schon im Kopf getingelt, weil ich gedacht habe, okay, wir rennen hier hoch, wir nehmen gerade dieses High aus dem Markt und schließen dann mit einem extrem langen Wick nach unten. Es ist nicht das, was ihr sehen wollt, wenn ihr bullisch seid. Klassisches Preisverhalten, wir rennen hier hoch, nehmen die Buy-Stops von den Short-Sellern hier raus und dann kommt der richtige Retrace. Hier sind die Short-Seller getrappt. Ja, jeder, der hier Short war, jeder und ich kenne sehr viele Leute, die hier Short waren, weil hier ist ja offensichtliche Resistance, die sind alle hier im Markt, der Markt kommt hier hoch. Erster Sell-Off, okay, sie sind hier schon im Profit, gar nicht zu wenig. Jeder, der hier die Resistance geshottet hat, ist 5% im Profit, was sehr, sehr viel ist. Der Markt bounced dann noch mal hoch und was passiert? Er rennt genau über die Stops, bevor dann der richtige Retrace kommt. Sehr, sehr, sehr klassisches Preisverhalten, was ihr leider nicht so oft in Lehrbüchern lesen werdet. Das Ganze hat sich am 1-Stunden-Chart noch mal ein wenig besser geäußert. 1-Stunden-Chart, natürlich könnte man jetzt sagen, heil den Shoulders, ich halte von solchen Pattern absolut gar nichts, da ich meine, meiner Meinung nach, wenn diese Chart-Battern vor 30, 40 Jahren vielleicht funktioniert haben, warum, es macht keinen Sinn, danach zu traden, weil wo soll da ein Edge sein? Also es kann jeder, unter Anführungszeichen, jeder Depp, kann ein paar Chart-Battern aus einem paar Chart-Büchern lernen, aber das ist kein Edge, das ist einfach, okay, ich glaube, es ist ein Falling Wedge, ich glaube, es ist ein Highland Shoulders, ich gehe mal short. Ja, so funktioniert das aber nicht. Was ich weiß, beim Highland Shoulders gibt es ja auch die Neckline, und da sind die Trader auch immer, ah, ich warte auf den Neckline-Bruch, und ja, meistens ist es dann nicht so zu spät, weil ihr dann den größten Teil des Moves verpasst und dann euer Risk-to-Reward viel zu klein ist. Was ich hier sehe, ist einfach Folgendes, ich sehe hier einfach eine Range. Ich sehe eine Range, wir haben hier das High geformt, ganz schön am 12-Stunden-Chart gesehen, hier der erste Sell-Off, wir kommen hier nochmal hoch, wieder Sell-Off, wieder Sell-Off, kommen hier drüber, und sobald wir hier drüber sind, boom. Das ist die erste Indikation, dass, wenn dieser Support hier nicht halten soll, geht der Markt tiefer. Der Markt kommt hier drunter unter die Range, testet die Range noch einmal, genau mit diesem Tick hier, kommt nochmal runter, das war der zweite Test hier, aber er geht nie mehr mehr drüber, er geht nie mehr über diese alten Highs drüber, seht ihr das? Und dann kommt der richtige Sell-Off. Und dann verlieren wir diesen Floor, haben den Retest, dann kommt der nächste Sell-Off. Sehr schöne Marktstruktur hier. Das wollte ich hier auch noch kurz zeigen. Ich glaube, der Monthly V-Web war hier ganz interessant. Das ist jetzt der Weekly V-Web, ihr könnt euch den Indikator gerne aufrufen, der heißt V-Web Standard Deviation Bands Volume 3. Ich habe alles weggekreuzt, bis auf den V-Web, und ihr könnt euch hier den Timeframe eintragen. Das heißt, ihr könnt hier Daily eintragen, 3-Day, 4-Day, 5-Day, was auch immer ihr wollt, und habt dann den V-Web, den laufenden V-Web, was extrem hilfreich ist. Wenn ihr euch das Ganze hier auf Monatsbasis stellt, dann seht ihr hier ganz interessant, wie relevant dieser Monats-V-Web für den Markt ist. Wir haben erstens mal hier die Situation, dass wir einmal hier drunter schließen, haben dann den Retest vom V-Web, verkaufen hier stark ab, haben den Retest hier, dann Rally, gehen hier wieder drunter, Sell-Off, und hier auf den Tick genau. Der letzte Monats-V-Web war hier zum Beispiel, wo wir das erste Mal diesen Sell-Off hatten. Erster Test, Sell-Off, zweiter Test, Sell-Off, dritte Close darüber, und dann off to the races we go. Das Ganze genauso hier, wo wir noch im starken Abtrend waren. Da war einfach das, der Pullback, Indikator schlechthin, also besser als IMAs. Hier kommt er zurück, Bounce, 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 Bounce. Ja. Wollte ich euch nur mal zeigen, weil die wenigsten Leute verwenden diesen Indikatoren, die wenigsten Leute haben auch einen Plan davon, dass es so einen Indikatoren gibt. Ihr seht normalerweise immer MACD, RSI und so weiter, aber naja, kann jeder selber entscheiden, wie wichtig ich ja diese Indikatoren halte. Ja, was haben wir dann gesehen? Zu meinem Bedauern hat diese Range nicht mehr gehalten, worauf ich gesagt hätte, okay, sollte diese Range halten, könnten wir ein 10.600 Szenario sehen, mit einem Run, sorry, 11.600 Szenario, wo dann der Range V-Web liegt, wenn ich mich nicht täusche. Der liegt nämlich hier bei 11.600. Haben wir leider nicht gesehen. Wir haben den direkten Sell-Off gesehen und hier wieder das klassische Preis-Bart-Verhalt. Schneller Pump nach oben, schneller Retrace nach unten, schneller Pump nach oben, um diesen Bart zu korrigieren. Wieder Run über die Highs. Jeder, der hier Short ist, wird ausgestoppt, inklusive mir. Ich war hier auch Short. Short Stops und dann Boom. Ja, halb so wild, wenn man gutes Risikomanagement hat, aber diese Part-Wettern sind oft schwierig zu trainen. Also es macht oft sehr viel Spaß, diese zu trainen, wenn man auf der richtigen Seite ist, da man einfach eine gute Bias hat, weil man weiß einfach, okay, wenn ihr solche Moves seht, die sind so schnell und so ineffizient, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Moves in 0,0 wieder aufgefüllt werden, ist sehr, sehr hoch. Und am besten seht ihr das hier. Wir haben hier das erste Mal den Touch drunter, wir closen hier drunter, kommen hier nochmal hoch, retest. Und dann wisst ihr einfach, okay, nach unten ist nicht viel Support. Wir haben hier, retest Sell-Off. Ja, das sind so Sachen, die ihr sehen solltet, wonach ich trade. Dann kommen wir wieder hier rein und das war gestern wirklich die Fuckery schlechthin und ich habe davon immens profitiert. Und es war zwar extrem viel Luck dabei, weil, was ich im Prinzip gemacht habe, ich habe einfach dieses Level hier gebildet, weil es ist eine Strategie von mir und die will ich keinem von euch empfehlen, weil in 90% der Fällen werden die meisten Leute hier gerackt werden, wenn ihr nicht das gewisse Grundverständnis habt, wie dann die Marktstruktur aussehen soll und wie dann ein guter Support aussieht. Ich überriskiere oder ich nehme sehr, sehr oft sehr, sehr große Positionsgrößen von 150.000 Dollar bis 200.000 Dollar Kontrakten aufwärts, wenn ich einen extrem schnellen Pump oder Dump sehe, der auf einen sehr, sehr hoch sichtbaren Support kommt. Die Intention dahinter ist folgende, ich will den ersten Bounce einfach catchen und der Markt ist so konditioniert, zumindest jetzt im Krypto-Bereich, dass ihr eine sehr, sehr extrem hohe Strike Rate habt, wenn ihr probiert, den ersten Bounce zu catchen, weil wie oft seht ihr es, also ihr könnt gerne backtesten, ich will euch hier jetzt nicht irgendwie was vorwegnehmen und ich habe das Ganze natürlich extrem lang backgetestet und ich habe auch meine Daten dazu. Aber wie oft passiert das, dass zum Beispiel so ein Support gehittet wird, so ein wirklich sehr alertes Support und wir dumpen einfach straight durch. Die Logik dahinter ist folgende, es hat weniger damit zu tun, dass hier sehr viele Käufe in den Markt kommen, es ist einfach ein Netzwerkeffekt sozusagen. Jeder, der hier short ist und vor allem die größeren Seller, die von hier oben short sind, die haben ihren Take Profit hier auf diesem Support. Das heißt, wenn hier ein sehr, sehr großer Short-Seller Profit nimmt auf dem nächsten höheren Time-Frame-Support, dann hat der eine extreme Kaufkraft im Markt. Indem er seinen Short schließen muss, muss er seine Kontrakte zurückkaufen. Und wenn hier unten jemand auf einmal 20 Millionen Dollar zurückkauft und das noch 10 andere machen, ja, was passiert dann? Der weitere Effekt, der hier eintritt, ist, dass sehr, sehr viele Leute Breakout-Trader sind. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, okay, wenn wir diesen Support brechen, dann lege ich irgendwo hier einen Market-Short-Order rein. Das heißt, während die große Kerze nach unten geht, wird ihr Short-Order getriggert und sie sind jetzt ab diesem Zeitpunkt short im Markt. Was dann passiert, ist halt wieder folgendes. Die großen Player nehmen hier unten ihren Profit raus. Das heißt, sie pushen den Markt extrem nach oben. Sehr, sehr viele von den kleineren Tradern, was im Regelfall diese Breakout-Strategie sind eher kleinere Trader, die jetzt nicht wirklich sehr erfolgreich trainen werden auf Dauer, sind mit sehr, sehr hohem Hebel im Markt, können es sich nicht leisten, dass der Preis weit gegen sie geht. Das heißt, die haben einen sehr engen Stopp hier oder werden teilweise sogar liquidiert. Das heißt, wir haben hier eine zweite Gruppe, die Kaufkraft in den Markt schürt. Wir haben jetzt zwei Käufergruppen abseits von den richtigen Käufern, die den Markt hier nach oben treiben. Und wenn jetzt noch so Leute wie ich dazu kommen, die auf den ersten Bound spekulieren, dann passieren solche Reaktionen wie hier. Ja, wie gesagt, don't try this at home, wenn ihr nicht lange genug backtestet, aber das sind Setups, wo ich wirklich extrem heiß drauf bin. Da bleibe ich auch von mir aus die ganze Nacht lang wach. Das Gleiche will ich jetzt eben sehen bei 8800. 8800 wäre für mich die nächste Ultra-Bounce-Zone. Einfach aus dem Grund, wir haben hier diese Range geformt, wir haben diese Range mit extrem hohem Volumen verlassen. Das heißt, der ganze Anstieg, den wir danach gesehen haben, der wurde hier gekauft. Hier sind die Big Boys eingestiegen. Hier liegt die 12 Stunden EMA. Das heißt, wenn wir zurückkommen, erwarte ich mindestens einen 6, 7, 8%igen Bounce, whatever. Diese Zone sollte halten. Wenn diese Zone nicht haltet, können wir 7500 wieder kaufen, aber wäre nicht allzu gut. Ich bin weiterhin bullish, aber nur muss das Anmerkung. 12 Stunden EMA hier auch ganz schön zu sehen. Hier der letzte Test. Die wurde seit März nicht mehr getestet. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, was für eine Trampolinaktion davon erfolgen wird. Ähnliches haben wir hier gesehen, nämlich 4 Stunden 200 EMA wurde das letzte Mal hier im Juni getestet, als wir hier im Juli zurückgekommen sind. Boom. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja, und das war jetzt nur mal so ein kleines Update. Ich weiß, die Gedanken sind bei mir oft ziemlich schnell, ziemlich durcheinander, aber ich wollte es trotzdem noch so gut wie möglich strukturieren. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Es sollte trotzdem sehr, sehr viel hilfreicher Content für euch dabei sein, wenn ihr irgendwie struggelt, wenn ihr irgendwie was lernen wollt. Ich versuche wirklich, in die Richtung mehr zu bringen. Ich bin leider wirklich auch zu faul für YouTube-Videos. Ich muss es euch ganz ehrlich sagen, weil es gibt viele Leute, die nur Geld verdienen, indem sie YouTube-Videos machen, indem sie Referral-Links posten und Werbevideos machen. Und es gibt Leute, die gut traden und die eben gerne traden und profitabel traden. Und bei mir ist es so ein Mix. Ich mache gerne Videos und ich trade aber auch extrem gern. Und oft ist es einfach so, okay, wenn ich jetzt ein Video mache, dann verpasse ich vielleicht die Chance auf meine nächsten Einstiege und dann frage ich mich auch wieder, okay, war es das wert? Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn man sich eine gewisse Reichweite aufbaut, einen gewissen Bekanntheitsgrad, was natürlich auch eine Intention hätte, ist, dass man regelmäßig Content produziert. Ich meine, das dürfte jedem klar sein von euch. Aber jetzt am Vormittag scheint es meistens gut zu gehen von den Volatilitätszeiten her. Die meiste Volatilität sehen wir zurzeit zwischen 17 und 18 Uhr UTC bis 24 Uhr UTC. Also perfekt für uns Deutsche oder Österreicher. Not. Und dementsprechend am Vormittag geht es meistens ganz gut. Wir haben zwar gerade diesen Spike nach unten gesehen in der London-Session, aber ansonsten ist meistens tote Hose am Vormittag. Das seht ihr auch hier. Den ganzen Tag. Während unserer Zeit Zeit wird es gegangen. Dann 21 Uhr 30 UTC plus 2, also Berlin Time. 11 Uhr Berlin Time, dann ist der große Sell-Off und diese ganze große Action eigentlich während der Zeit, während die meisten Europäer schlafen. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, folgt mir auf Twitter, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Aber es ist komplett frei. Alles umsonst. Wobei hier einfach eine Community-Gruppe ist. Also es ist hier nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein Scam-Signal-Chart oder so. Einfach Community-Gruppe. Ein bisschen chatten, ein bisschen Bullshit schreiben. Je nachdem, wir haben ja ganz verschiedene Themen. Ist ja nicht ganz lustig. und wie gesagt, bis dahin. Euer Chris. Schreibt mir gerne Kommentare. Wir sehen uns.